Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zu einem kleinen Video und wie ihr es wahrscheinlich schon im Titel gelesen habt, werde ich wieder streamen. Irgendwie habe ich schon die ganze Zeit Bock drauf und das ist jeden Samstag so, dass ich Lust habe zu streamen und das werde ich jetzt auch wieder tun von mir aus. Ja, ich mache es, ich streame heute. Es war jetzt gerade schon ein bisschen spät, wo das Video kommt. Und dann werde ich um 18.30 Uhr streamen und da draußen fliegt ein Flugzeug. Also dann sehen wir uns bei Twitch, Link ist in der Beschreibung, um 18.30 Uhr und wir werden einen Remix machen von Hallelujah oder Sing Hallelujah. Mal gucken, äh, so ne, dann bis bald im Stream um 18.30 Uhr, seid dabei.